So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt, da wir der Polizei ja endlich entkommen sind, werden wir uns diesmal wahrscheinlich eine Offensive gegen Damien widmen. Hoffe ich doch mal. Der Typ, der muss fallen, der muss bluten. Dafür, was er unserer Schwester angetan hat. Oh, da ruft schon wieder jemand an. Oh, das ist T-Bone, alles klar. Tun wir erst mal das Ganze markieren. Das Ziel markieren. Oh, Hochhaus. Hallo. Das Rattennest. Ah, Damien hört es. Schölelelele. Schölelele. Wir brauchen schon Musik. Wenn man mich am Mikrofon hat, braucht man keine Musik. Wollt ihr mich alle verarschen? Warum? Warum klingelt es schon wieder an der Haustür? Da war doch gerade eben schon jemand da. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Oh Gott. Wollen wir uns zurück, was er uns geklaut hat? Oh mein Gott. So, mal wieder bei den ganzen Obdachlosen hier vorbei. So. Oh nein, das ist noch ein zweiter Musik. Ein zweiter Musik. So, überall Dampfrohre, die hat nicht alle gebraucht bei der Verfolgung. Mit der Polizei, nicht jetzt. Irgendwie kommt mir das vor wie so eine Familienkutsche hier, das alle. Hat gar keine Beschleunigung im Vergleich zum Madocass. Oh genau, tun wir ein wenig, die Autos demolieren wieder am Straßenrand. Wie es sich gehört. Als Räsche. So. Ich räche mich an deine Autotür, du Sau. Hm. Ah, da ist doch schon wieder die Strasse. Mal den Weg. So. Jetzt darum. Auf, auf zum Rattennest. Ne Brücke. Ne schöne Brücke. Die Mad Mile. Irgendwie klingt der Name schlimmer, wie es hier ist, muss ich sagen. Bei Mad Mile denkt man gleich an Ghetto oder sowas. Aber hier ist ja gar nichts Ghetto. Ist ja alles cool hier. Das Rattennest. So, ich hab schon ein Weibblatt gemacht. Ah, nur ein Hütchen. Nur ein Hütchen. Na dann. Auf zum Rattennest. So. Schauen wir uns das Rattennest an. Rattennest, Rattennest. Wir haben defaults Aufenthaltsort. Jetzt tue ich zurück, was er stahl. Okay. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Wir gehen zum anderen Hacker. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Lären wir den auch mal kennen, ne? Hihi. Oh Mann. Ein Volltreffer. Wo bist du? Die SNL Webcam. Wenn dein Zugang... Dann seht ihr an, was ich gefunden habe. Zugangspunkt zu lokalisieren. Reicht die Kütze nach Ägypten? Ja, mir interessiert, also ich brauche einen Zugangspunkt. Hallo? Ja. Ja. Gibt's hier... Hallo, ich will einen Zugangspunkt. Leute. Ich nutze den Profiler, um den Zugangspunkt zu lokalisieren. Ja, welchen Zugangspunkt? Toll, das ist eine Kamera. Klasse, ja. Sprengen? Nö. Hallo? Fährt ohne Führerschein. Hahaha. Zioden. So. Volles Bankkonto. Jetzt nicht mehr. 624. Ja, lecks mich am Arsch. Was ist das da oben eigentlich? Achso. Song. Ah, ja. Schön läuft hier. Musik. Haha. Gema. Juhu. Die spielen Schach. Cool. Ja. Kamera, klasse. Und jetzt? Bankkonto. Ich sammle irgendwie mehr Geld, wie das ich den Sinn der Mission irgendwie erfülle. Das kann doch nicht sein. Wie vorunter, ja. Klasse. Ja, ähm. Zugangspunkt. Ja, klasse. Ich brauche einen Zugangspunkt. Hallo? So. Bisschen aufplatzen hier. Bringt aber auch nichts. Da kommt auch. Gibt's doch nicht. Sagt mal. Leute. Also wirklich. Hier muss doch irgendwo ein... Zugangspunkt sein. Hallo? Hä? Alter. Zugang? Kann ja jetzt sein, dass ich jetzt die ganze... Was? Die Fernsehschung? Ja, 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 ja. Genau. Ich habe schon 5000 gewonnen, aber ich brauche... dass ich jetzt die ganze Zeit nur rumlaufe. Irgendwelche Kontos, Hecke. Ich brauche einen Zugangspunkt. So, dann gehen wir auch mal da hoch. Also, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich wirklich verarschen. Leute, Leute, ja. Zugangspunkt schön und gut, ja. Ich wusste doch irgendwo was. Mein Kollege hat es ihr vorgeschlagen und jetzt liebt sie es. Total krass. Sie hat zwei Säbel und jeder hat einen Monat zurückgekostet. Oh Gott, ich bin nur bezweifeln. Weißt du, ich hasse es da. Ich hasse diesen Summ-Bastard. Er ist total ausgerastet, weil ich mich schrecklich gar... Ich habe den Profiler offen, also müsst ihr doch hier langsam... Irgendwo ein verschissener Zugangspunkt sein. Autoroboter, ja klar, sind interessiert denn das? Oh, direkt das Ding. Ja, toll, klasse. Eine Kamera, was bringt mir eine Kamera? Schön und gut, ja. Diese Kamera, ja, schön. Trotzdem kein Zugangspunkt. Raure, klasse, ja. Es gibt viele Leute, die Raure sind so. Hallo? Ich check echt alles hier. Alter, ich brauche einen Zugangspunkt. Sag mal. Ja. Die mit ihren... Alter. Leute. Ich kann da jetzt nicht die ganze Zeit hier nur rumstehen. Ich kann da jetzt nicht die ganze Zeit hier nur rumstehen. Ja, wo habe ich einen Zugangspunkt nirgends. Aber wenn ich nach oben gehe, heißt es wieder unten. So eine Art. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ich hätte ja wirklich gesagt, dass der Zugangspunkt oben ist. Na, passt auf, wenn ich es da. Seht ihr? Also wirklich, jetzt kommt schon. So, was kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt da eine ganze Folge nur rumrenne und den Zugangspunkt suche, wo auch immer der ist. Und da sind jetzt hier noch mal dran. Äh. Äh, 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 äh. Da hätte ich einmal was, was so ähnlich ist wie ein Zugangspunkt. Aber nein. Ja, es ist mir schon klar, dass da unten angeblich das Ziel wäre. Aber was bringt es mir, Leute, wenn da unten kein Zugangspunkt ist, wo ich jetzt schon seit geschlagenen mindestens acht Minuten lang suche. Das wird wieder mal so eine richtig spannende Folge. Ja, hallo, mache ich doch schon die ganze Zeit. Schon wieder in die Kamera eingeloggt. Ich will hinten die Kamera. Ich will einen verschissenen Zugangspunkt. Alleinerziehend. Radio. Einkaufen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber einfach mal, komm, das tun wir auch mal ansprechen. Toll, kann ich Kaffee holen. Kaffee to go. Was interessiert mich, Kaffee to go. Alter. Ich habe das Gefühl, die Folge hier muss ich einfach mal rausstreichen oder so. Ja, das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur den einen verschissenen Zugangspunkt jetzt endlich mal finden. Boah. Und auf der vollen Wasserstrahlen. Oh, das ist Wasser. Oh mein Gott. Da wäre ich nicht drauf gekommen. So, ich bin ja mit auf die Straße. Was war das gerade eben? Irgendwas hatte ich gerade... Ey, das ist jetzt... Also Leute, das ist ja echt ein schlechter Scherz, Leute. Kann nicht sein, dass das... Oh Mann. Oh Mann. Oh mein Gott. Die ganze Zeit so ne Kacke hier. Schalala. 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 Malalala. 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 Okay. Oh Mann. Wie ist ja ein Bruder. Das ist brandneuer Scheiß. Alles Bruder-Typen. Oh. Ich bin verliebt. Tibor, pack schon einen. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Weg. Sorry, Fantasin. Oh Gott. Wo ist er? Okay, Jungs. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Aber würde ich sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Da wir jetzt die ganze Folge damit zugebracht haben, diesen kleinen Kasten zu finden, was ich sehr traurig finde, Machen wir den Rest dann alles in der nächsten Folge klar. Bis dahin macht's gut und haut rein. Dann sind gerade десяterweise. Und jetzt haben wir das ganze Mal. Und jetzt machen wir das ganze Mal. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017